So, sind wir wieder bei GRID Autosport, jetzt mit folgender Disziplin. Doch, das nächste Event, Party Mode, ja, einfach Romeo 4C Cup, Ausscheidung, Event 1x1 einringen. Halt die Fresse, alles klar, dann kommen wir nun zur Strecke. Ja, die ist in Washington und zwar der Hügelkurs mit 1,7 Kilometer. Hügelkurs, wo soll das denn sein? Oh, die starte als erster, haha. Oh, nee, Alter. Halt die Fresse. Ja, du noch die Fresse. Äh, die Fresse. Die Fresse. Nein. Boah, Alter, es ist richtig Glück, ob es jetzt die erste starte, Mann. Warum, Alter, wieso immer Gustav, das ist so unfair, Paul Meister ist so ein... Ey, wir müssen unsere Let's Player Namen verwenden. Ja, Entschuldigung. Ja, aber das war doch Zufall, Robert, das kann ich ja nichts. Das war übrigens zwangsmäßig Zufall. Äh, die Autos. Was? Das sind aus diesem Meerschweinchenkopf. Lade doch keinen Scheiß. So wahr. Und hinten sehen die aus wie, ich weiß nicht, irgendwie so ein total interdeltes Auto. Ja, ja, Robert, klar. Hey, wieso ist der schneller als ich, Penner? Okay, immer elegant ausgewichen gerade. Oh, nee. Hector can say this. Alter, er hat sich keine Übel zu überschlagen, krass. Ausscheidung hat begonnen. Oh nein, oh nee. Oh, verdammt. Das hört sich nicht sehr gut an. Ah, verdammt. Kann euch gar nicht mehr einholen. Ja, darum geht's ja nicht. Kannst ja trotzdem mehr noch versuchen, den Platz zu retten. Hey. Was denn? Ihr sollt's mich nicht überholen. Was ist, wenn ich's doch mache? Dann, dann bin ich ganz traurig. Scheiß, ich hab' ich gebremst. Nein, fuck. Hä? Komm, Alter. Was war denn das? Oh, raus, scheiße. Ah, Elfter bist du jetzt. Alter. Gut, ich hab voll, 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 voll. Nein, ich hab' mal kein Getriebe vorne drin. Äh, so lustig. Vorne. Vorne drin. Wenn ich mich richtig entsinne, war das Getriebe nicht vorne drin. Oder entsinne ich mich falsch. Ja, hä, das Getriebe ist vorne. Ah. Ja. Was denn für ein Getriebe? Mann, vom Auto. Was ist das Getriebe? Hä? Ja, das Getriebe hat auch ein Auto, natürlich hat jedes Auto. Ja, aber was ist das? Ja, Gangschaltung. Ja, das ist ja ein Gangschaltung. Hä, wie gesagt, ich kann nicht Gangschaltung, sondern Getriebe? Weil es so heiß, es gibt, hä, es ist es gibt, ja, nee, das heißt doch Gangschaltung, dachte ich. Nein, das heißt, das ist das, was im Auto hast, aber. Hä, was heißt, Gangschaltung? Mann, die guckt mich an, guck mich einfach an und dann wirst du sehen. Mach ich doch. Ich guck dich an. Du sitzt draußen vor der Tür, guck hoch zu dir. Hä, ja, ich sitze, ich sitze, ich sitze in eurem Vorgarten, ganz immer gucken gehen. Ja, nee, das ist ja voll die Ablenkung, wenn ich jetzt weggehe, dann ne Bräder, du fährst doch sowieso nicht mehr dachtig. Ja, doch, ich fahr doch, ich bin doch schon... Ja, als Geist. Ja, ich sage. Ja, als Geister bringt es nicht zu weit, weil da kann sich nicht mehr verbessern. Ja, dann fahr ich immer verkehrt rum. Oh, ich fahr ich jetzt entgegen. Toll. Dann seht ihr mich jetzt. Nee. Echt, seht ihr mich gar nicht? Achso, doch, auf der Karte schon. Doch, ich hab dich auf der Karte gesehen, aber... Nur auf der Karte. Oh, nur noch vier Leute drin, Alter. Sieht gut aus. Hm. Ja, ist ja kein Wunder, wenn du vorne startest. Ja. Alter, Robert, du bist, glaube ich, voll durch mich durchgefahren, oder? Ja. Ja, das hab ich gesehen. Ich hab deinen Namen kurz gesehen. Hm. Hector Gonzalez. Nein, oh, verdammt. Alter, schon wieder Robert. Hä, wer fährt denn da vor mir? Ach, noch ein Geist. Überhole dich jetzt auch. Jö. Fährt's auch verkehrt rum. Hier, fährst du schon verkehrt rum. Ja, du, fährst du auch verkehrt rum? Nein. Wieso sollte ich das tun? Großgeschieden. Was? Scheide? Huhuhuhuhu. Okay, bis zum nächsten Rennen. Oh, and the next Cup is... Touring Super Tourers. Event one from one. One race. Super Tourers. Und zwar an der Intercity Istanbul Park. Intermediat-Strecke. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, das wäre mir schon weg. Ja, sieh mir gleich nochmal. Ah, Intercity, da fahren so Intercity im Park rum. Also, da muss ich auch mal hin. Intermediate-Strecke, ja. Aber da fahren Intercity-Züge im Park. Da muss ich auch mal hin, vielleicht. Was, Intercity im Park? Ja, alles klar. Ja, da wollte ich auch heute hin, irgendwie. Robert, du wolltest mich ja unbedingt mit diesem Ballon-Dings mit der Mauer einladen, ne? Ja, und? Ja, das ist ein öffentliches Event, da musst du mich nie zu einladen. Nee, kann ich doch sagen, es war einfach nur eine mündliche Einladung. Ach so, ja. Ich dachte, das ist irgendwie so eine VIP-Lodge oder so, wo ihr seid. Nee, nein. Lässt mich von der Mauer. Boah, so ein Quatsch, Alter. Ja, ich weiß, aber... Alter! Mann, was soll das? Robert, was machst du denn? Was soll denn das, Robert? Ja, was, ich mach das halt einfach, wenn ich... Mann! Ja, du bist total schlecht. Du bist jetzt zehnt, Herr Robert. Was, du hast überhaupt nichts zu lachen. Ja, dachte ich, das ist... Okay, du kannst ja meinetwegen darüber lachen, dass du so schlecht bist. Ja, aber ich... Bist du denn schlecht? Das ist halt immer was mit Fahrkönnen, so wie mit Schlechtigkeit. Ja. Doch, dann bist du doch schlecht. Ja, aber ich bin kein Fahrkönnen und das ist schlecht. Ja, aber ich bin nicht allgemein schlecht. Ja, also... Nee, hab ich auch nicht gesagt. Nein, gar nicht. Nein. Meinst du mir auch voll gar nicht? Nein. Mann, jetzt hör doch mal auf, Alter. Äh, was denn? Das meinst du doch so. Was... Nein! Mann, das weißt du doch überhaupt nicht. Kannst du aber raushören. Äh, sicherlich. Ja, kann ich ja auch. Ja, dann hörst du es definitiv falsch raus. Scheiße. Setz doch zurück! Boah, falscher Knopf, Mann. Ah. Mann. Hey, was darf ich nicht überfahren? Fahr doch. Nein, das Mikrofon hängt. Ah. Ja, das hängt doch. Oh. L-123, der weiß noch mal, der Gabelstapler-Simulator? Ja. Feuerwehr-Simulator. Vor allem, das ist ein Lenkradar, das ist so, das ist so, weil... Le, le, le. Flughafen-Simulator. Ja, es gibt ja schon Gartensimulator jetzt, ne? Ja. Angel-Simulator. Das ist ein Spiel für Leute, die echt nichts Besseres zu tun haben. Ja, ich spiele das ja nicht. Ja, deswegen. Doch. Naja, nicht sowas, aber... Du hast... Hast du auch mal den... 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 U-Boot-Simulator gehabt, oder? Ne. Doch. Nein, das war ein Chip-Simulator-Extreme, aber das ging nicht. Ja, aber... Irgendwie auch mit U-Booten, oder so. Ja, das Chip-Simulator-Extreme. Haha. Ja! Das kann überhaupt nicht Extreme sein. Ja, doch. Nee. Warum denn nicht? Was? Ja, darum. Ja, doch. Nein! Ja, doch. Mann! Ja, doch. Nein! Jetzt weißt du mal, wie das ist, Robert. Ja, doch. Ja, du musst dich jetzt nicht nachmachen, das stört mich nämlich keine Brunne. Ja, ja, doch, Robert, doch, es ist so. Doch, Robert. Doch, Alter. Ja, du weißt halt nichts. Doch, Mann. Ich bin besser als... Hahaha. Was? Alter, ich sag einfach so gar nichts, du rätst einfach weiter. Ja, um mich zu nerven. Ja, versuch mal. Ja, das lässt sich extra nicht nerven, wenn du das weißt. Nee, ich kann das einfach. Ja, ja. Merkt schon. Der Checker hier, das kann nicht sein. Ja, sicher. Das ist ja diese behinderte Fernsehsendung, diesen Checker-Chan, der ist richtig unnötig. Alter. Der so richtig unnötige alte Frau zu machen? Ist der jetzt Checker-Tobi? Ja. Ja. Überhaupt nicht mehr, Oral-Gin, hier. Seriös, wenn das ein total anderer Namen auf einmal ist. Aber es ist jetzt auch ein anderer Typ, also. Ja, der heißt wahrscheinlich Tom, oder wie der auch immer heißt. Tobi. Achso, ja, ich wollte noch übrigens sagen, dass ich ab dem nächsten Monat einen anderen Namen habe. Ah, du änderst den Namen? Ja, was denn? Ja. Okay, interessant. Wie willst du das denn nennen? Nein, ich will das nicht. Das ist einfach so familiär. Das heißt wahrscheinlich Franz. Franz. Ja. Franz. Ja, wirklich. Du weißt auch nicht, warum. Oder nee, ich meine, ich wollte das irgendwie, ich wollte irgendwie anders. Wie im echten Leben, oder wie jetzt? Ja. Ja, sicher. Ja, aber nee, nicht Franz, aber warte mal, wie könnte man denn... Nee, also ich glaube, ich konnte es mir irgendwie aussuchen, zwischendrin Namen oder so. Nenn dich doch Dieter. Das ist doch ein guter Name. Didero, hallo Didero. Horst Klaus Penner. Klaus Penner, alter. Das musste jetzt sein, oder? Horst Klaus. Horst Penner. Oh nee, alter. Klaus-Dieter Müller. Klaus-Dieter Penner. Klaus-Horst Penner. Das war das zweite Rennen, richtig? Ja. Dann bis zum nächsten Rennen. Ja, tschüss. So, nächstes Event, Touring, Supertours, Zeitfahren, Event 1-2-1 und ein Rennen. Exactly. Und die Strecke folgt. Und das ist der Circuit-Mount-Tree-Plant-Nordschleife. Mont-Ton-Blanc. Mont-Ton-Blanc. Ausgesprochen. Ich hab mal jetzt geklatscht, weil Gustavs am besten bisher ausgesprochen hat. Das ist aber falsch. Das heißt Circuit-Mount-Ton-Blanc und nicht Mont-Trem-Blanc. Das weiß ich, weil der Ansager das einmal gesagt hat. Der hier in dem Spiel ist. In der Karriere. Achso, ja, das kann sein. Das kann sein, meine Freunde. Aber ich bin kein Französisch-Expert. Das ist eher wohl Robots-Ton-Tree, oder? Aber ich hab dir das schon mal gesagt. Was soll ich machen? Lass mal alle so sprechen. Ich glaube, ich fahr jetzt gleich los. Robots, hast du Französisch? Nein, ich hab Latein. Ah, aber da ist er auch, kannst du ein bisschen was ableiten. Naja, wieso denn? Also, wenn ich was ableiten müsste, das wäre total schrecklich. Alles klar. Ich war gleich los. Der hat's muss mich bereit machen. Und jetzt geht's schon los in die erste Runde. Ja, und ich muss leider immer zu lange lachen. Ja, und jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht aus der Kopf treffe. Weil wenn ich hier so raus treffe, dann könnte das für mich einige Folgen haben. Scheiße. Und mit uns fährt MC Turnbeutel. Was? Ja, das war die Frage, Alter. Da hab ich ja noch nie mehr mehr. MC Turnbeutel. Okay, jetzt die Runde ist schon mal noch nicht verkackt. Oh, scheiße. Oh, jetzt muss ich leider mit einer Hand und weg. Dank de scheiße. Oh, nee, Mann. Ja, und jetzt hier. Neco-Wahnbremse. Yeah. Oh, nein, und jetzt ist der Fixer, der vorbeigefahren hat. Das ist natürlich neutraler Scheiße. Hast du das? Nee, das ist bei Meister. Der Fixer? Ja. Du weißt schon mal das Fixer heißt, ne? Nein, Fix F.X. Ja, aber Fixer. Das kommt doch bei Watchers nochmal vor. Das sind diese Auftrags-Tüme, die man so... Ja, die, dass sie da beheben. Die, die Schäden. Gott, jetzt muss ich auch nein, den wird nicht rausgetrefft, denn so schweißbar. Ja, das ist eine Fixer, der... Oh, fuck. Der wird doch am Ende, dieser eine Fixer, der wird doch böse, ne? Weiß ich nicht. Ne. Na, jetzt bin ich gleich im Ziel und jetzt muss doch einer runterfahren und dann noch eine runter. Oh. So, und jetzt... Ich bin nicht, Robert, ich komme. Nein, 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 nein. Nein, das musst du nicht machen. Wow, Mann. Ja, du lenkst direkt vor mich rein. Ja, sind wir hier auf der Strecke gefahren. Oh, nee, was ist denn jetzt passiert? Oh, Mann, alles... Ja, aber dann darfst du nicht wundern, dass ich dich nicht... Oh, nee, alles... Oh, nee, alles... Oh, nee. Wir sind ja alle drei zusammen. Oh, ja. Wieder eine Runde verkackt, Mann. Danke, Robert. Was hab ich denn jetzt gemacht? Mann, MC Turnwotel, halt die Fresse, ey. Nein, ich muss jetzt, Alter, ich muss... Halt die Fresse. Was denn, Alter? So. Nein, Alter, was solltest du jetzt? Ey, ich wollte dir gerade mal eine schöne Runde machen und dann kommt da so einer... Ja, ich dreh dich um und dann hältst du die Fresse. So sieht's aus. Ich hab gesagt, du darfst das nicht machen. Ich fahr jetzt die ganze Zeit so scheiße, weil ich... Nein, also nein, also nein. Ja, viel Spaß. Das klingt zwar ein bisschen schwul, wie ich erwähne, aber das ist leider so, was ist Quatsch. Ja, aber du schwul bist, ach. Nein, das war... Nein. So, jetzt muss ich rumfahren und jetzt schon wieder rausgedriftet. Auch meine Fresse, noch mal. Ich muss immer mal eine richtige Runde hinlegen, so. Also die Runde kann man nicht hinlegen, aber das ist ja egal. Runde kann man losfahren. Boah, Alter, wie sehr beschlagen hat. Nein, Alter, lenk, 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 lenk. What the fuck, ey. So, jetzt lenk ich mal mit der linken Hand und jetzt ist meine Tür aufgegangen. Warum geht denn jetzt meine Tür auf? Das ist doch total scheiße. Jetzt ist ja Sperrangel weit offen, dann kann man ja aussteigen beim Fahren. Und jetzt hab ich mich fast überschlagen. Und höfst es. Jetzt bist du plötzlich in Berliner. Ich. Ne, das hab ich auch nicht gesagt. So. Umfahren, ja, lenken. Nichts lenken, so. Ich, oh, hey. Das ist total angenehm, so mit der Nase zuzufahren. Das ist echt so ein bisschen schweres Problem. Mann, Alter, kannst du mal aufhören damit jetzt? Nein, du hast die Zeit nicht aufhören. Wir sind... Ja, nein, zwei, drei, drei. Ich kann aber nicht aufhören, weil wir noch mal wieder... Jetzt hätte ich meine entscheidende Runde gemacht. Und jetzt ist die Zeit natürlich wieder nicht richtig runtergestellt. Oh nein, ich bin da der Elfter geworden. Das hat natürlich... Ne, ach so. Scheiße. Oh ja, jetzt bin ich Zehnter. Ich bin sechs da. Seht ihr den Sicherheitsband da oben auf diesem Turm da rechts? Ne. Ja, interessiert mich ein Scheiß. Ja, dann kann man jetzt... Ja, dann wurde ich zwei... Du, mit deinem Sicherheit. Es ist vielleicht gar kein Sicherheitsturm. Ja, ja, ja. Sicherheitslinie, Sicherheitsturm. Begrenzungslinie. Äh, das war jetzt das letzte Rennen, ne? Ja. Okay, dann bis zum nächsten Part.